um die ganze Zeit ein Teil von der Koffer B und heute haben wir ein Zehnerpächtchen von Matcha-Tex der Premier League 14 15 und wir bekommen auf jeden Fall eine Duokarte oder Rekord Breaker und hoffentlich auch Matchwinner die in jedem zweiten drin sind alles andere kann man nur kann man sich nur wünschen dann als erstes haben wir hier von Arsenal London Verteidiger Laurent Koscielny mit 81 Verteidigung, 30 Angriff dann als nächstes Steven Wright von Burnley mit 60 Verteidigung und 40 Angriff als nächstes hier von Swansea City Angel Rangel oder Rangel oder I don't know 69 Verteidigung dann haben wir Andre Vistum mit 65 Verteidigung von West Bromwich Albion als nächstes von Crystal Palace haben wir Jason Punchen mit 71 Angriff dann als nächstes Torhüter von Leicester City Kasper Smeichel mit 78 Verteidigung dann als nächstes noch von Manchester City Martin De Miqueles mit 75 Verteidigung dann von Chelsea Angreifer Diego Costa mit 86 Angriff und dann der nächste Top Spieler auf jeden Fall mit einem Top Rating bei ihm er ist ja nicht wirklich durchge hat nicht wirklich ein erfolgreiches Jahr Radamel Falcao hier von Manchester United sie macht sich Angriff 15 Millionen oder so ne siebeneinhalb Millionen hat Manu glaube ich bezahlt nur für dieses eine Jahr um ihn auszuleihen und ich glaube nicht dass sie ihn fest verpflichten werden und dann als die Special Karte wir haben nur eine Karte und das ist Duo Karte von QPR Steven Corker und Reel Ferdinand mit 84 Verteidigung und das war es dann von mir für heute ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja gebt doch einen Daumen hoch abonniert und dann sehen wir uns bald wieder beziehungsweise morgen sehen wir uns schon wieder hier bei den Matches bei Dich Ciao